moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf jilos tv eine weitere episode my time at porsche in meinem eigenen let's play format wir sind an tag 31 müsste es sein und es ist die letzte folge ich werde auch gar nicht mehr großartig bespielen ich wollte mich eigentlich nur von euch verabschieden ich habe jetzt ja knappe 30 tage my time at porsche hinter mir muss sagen ich bin gar nicht mal so allzu weit gekommen ich denke mal wenn ich da nicht die ganze zeit nebenbei gequatscht hätte ich doch noch eine ganze menge mehr erreicht in der kurzen zeit nichtsdestotrotz musste ich feststellen dass das spiel unvorstellbar umfangreich ist und das hatte ich mir eigentlich für mein erstes let's play nicht vorgestellt ich habe mich da schlecht informiert war nicht so ganz brillant ich hatte eigentlich eher gehofft dass ich so das erste let's play nach vielleicht 30 40 folgen abdrehen kann um dann neues projekt zu beginnen das ist hier bei my time at porsche einfach nicht möglich und ich habe auch ehrlich gesagt einfach keine lust jetzt 200 folgen zu drehen es kann sein dass irgendwann der zeitpunkt kommt an dem ich dieses projekt fortführe ich werde zumindest die spielstände nicht löschen das heißt ich kann halt irgendwann theoretisch mal weiterspielen wenn die patches updates das nicht zerbröseln das ist ja immer so eine sache doch vorläufig hier an dieser stelle ist erstmal schluss ich danke euch für das interesse dass ihr diese videos geschaut habt ja würde mich natürlich auch darüber freuen wenn ihr in die comments schreibt dass sie es gerne weiter sehen würde damit ich ein bisschen feedback feedback bekomme wie das spiel auch angekommen ist bei den zuschauern und in diesem sinne auf wiedersehen und bis zum nächsten mal in einem anderen unserer formate